Ich auf der Suche nach Drehorten, Teil XYZ. Neben mir sitzt jetzt Markus Leierker-Schatzl. Er ist somit, uns für eine kurze Sequenz sein Büro zur Verfügung zu stellen. Ich sage recht herzlichen Dank, dass ich das bei dir drehen durfte. Du kennst das Projekt ein bisschen. Ich habe vorher schon immer gesagt, meine Mutter ist ja der Urheber des Satzes. Ein Filmteam im Haus und alles ist aus. Okay. Jetzt haben wir übrigens nicht im Haus, sondern im Büro. Was habe ich dazu bewogen, uns dein Büro zur Verfügung zu stellen? Als erstes bin ich ein großer Film-Fan. Ich liebe das nicht im Film. Schau selbst, wenn ich Zeit es möglich mache und gerne gute Filme an. Ich kenne diesen Film gerade und bewundere, was du machst. Ich finde es spannende Projekte und wenn ich Ihnen einen kleinen Beitrag leisten kann, mache ich das gerne. Also ich hoffe, dass ich noch weitere Leute finde, die so wenden. Danke. Danke. Danke.